Leute, ich nutze gerade die Kraft von diesem unglaublich süßen Hund, damit sich dieses Video mehr Leute angucken. Denn ihr könnt jetzt Helden sein. Ihr könnt gegen Corona kämpfen, indem ihr nur eine Sache macht. Bleibt zu Hause. Bleibt zu Hause. Mehr müsst ihr nicht tun. Das ist alles, damit dieses Ganze möglichst schnell vorübergeht. Und das ist wirklich das Beste, was wir gerade tun können. Richtig, Rudi? Ja. Zusammen gegen Corona. Wir bleiben zu Hause. Eine Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit.